Rio-Weltmeister André Schürrle wechselt wie erwartet von Vizemeister Borussia Dortmund zum russischen Erstligisten Spartak Moskau. Der 28-Jährige schließt sich auf Leihbasis für eine Saison dem derzeitigen Tabellenzehnten der russischen Liga an. Der BVB soll angeblich rund 7 Millionen Euro an dem Leihgeschäft verdienen. In der vergangenen Spielzeit hatte Schürrle auf Leihbasis für den FC Fulham in der englischen Premier League gespielt und in 24 Partien sechs Tore erzielt.